Hi, ich bin Chris, ich bin heute mit meiner Freundin hier, da ich ihr einen Heiratsantrag machen will. Wir sind heute unter dem Deckmantel für VIP-Shopping hier, haben einen Hubschrauberflug hinter uns, wir wurden mit einem Maserati abgeholt, sind hier schick essen gewesen im TNT, wir haben schon hier einen Einkaufsgutschein bekommen, wir haben uns ein schönes Kleid schon geholt und ja, Lisa denkt halt die ganze Zeit, dass es heute Abend auf eine Veranstaltung geht. Was sie nicht weiß ist, der Tag dreht sich wirklich eigentlich nur um sie und ums große Finale, nämlich den Antrag, den sie dann gleich bekommen wird von mir. Lisa ist jetzt gerade noch mit meiner Schwester im Maizeil am shoppen und suchen noch Accessoires, Handtasche, Schuhe, alles was noch so fehlt dazu. Und ich habe mich jetzt unterm Vorwand, dass ihr Geburtstagsgeschenk eingetroffen ist, dass ich das jetzt abhole, habe ich mich aus dem Staub gemacht, bin jetzt hier im Hotelzimmer, werde hier noch ein bisschen vorbereiten, dann werde ich mich gleich umziehen, werde meinen Anzug anziehen, dann geht es rüber aufs Dach von der Maizeil. So can you stay for a while? Can you stay for a while? ? I ? Das war's für heute.